Hallo und herzlich willkommen mit mir im zweiten VW Marsch, wenn jetzt die Ernte durch die Abschließung auf Feldnummer 44, dazu werden wir den ersten Drescher schon mal wieder Richtung hoch schicken, ganz kurz das Schreitwerk abkoppeln, hohe einfahren. Das ist typisch, aber der ist fertig, der ist rein drinnen im Fahrer, machen wir gleich, gucken wir mal gleich drum, dann soll es nicht scheitern, so, jetzt mal richtig sehen, wie das alles läuft hier. Ja, der ist los und Bier holen, denke ich mal. Tschüss, und laden. Hier auch gleich. Lassen. Gucken, wo einer findet und sie uns kümmern. Gucken, wo wir mal ausmachen. Dann Der X Vorne V Abwecken Abkoppeln. So ganz Sachte Ne, auch Oh, schon, aber eh doch. Ist da noch was drinnen, Junge. Der Grüne ist aber frei. Man nimmt eher den Verdacht, dass die abhauen. Der Traktor ist tankleer. Aber den Verdacht mit dem Fahrer, dass er gleich wieder abhauen kann. Gras können wir machen. Ja, das machen wir dann wohl. So, ich stelle mal ein. So, ruf. Da haben wir ja was Schweigen gehabt. Das ist typisch. KI. So. Auf geht's. Mögest du ankommen. Dann wollte ich den noch los schicken. Und dann wollte ich den Rest arbeiten machen. Also. Ja, ich wollte noch mal schön langsam flüssig reinschauen. Ein anderer Kommentar. Mache ich eigentlich immer so, dass ich da gleich reagiere. Mehr oder weniger. Im selben Tag. Da muss ich versuchen jedenfalls. Wenn ich nachts um 1. Ja, natürlich nicht. Tage, wenn ich mal kurz nicht bekomme. Dann natürlich. So. Der muss da Richtung hoch. Erstmal zuklappen. Hoch. Abgehen. Wie gesagt, auch für den Bank dafür. Auch für die gute Entwicklung bis jetzt. Ich bin da richtig. Positiv. Überrascht. War der noch Platz. Können wir zur Not aufgeben. Und der ist voll. Ich wollte ja noch was hier nacharbeiten. Erstmal ranfangen an die Arbeiter. Dann können wir anschauen. Aber ewig lange. Ja, ich wünsche mir allen schönen Samstag. Spielt sich an. Nee. Ist ja wieder soweit. Ja. Mal gucken hier. FPS. 2. 53. 54. Also am Rechner nix sicht. Geht da mal was rein. Ich meine, viel dürfte nicht sein. Und da vorne war ja nix sicht. Nicht mehr. Ist der so voll. Junge, du bist voll. Warum bist du noch nicht unterwegs? Das klappt nicht. Wieso klappt das nicht? Wieso können die keinen Weg finden? Gut, dann ist es nicht fertig. Nee. So, wir werden mal ganz kurz den Burschkorn aufklappen. Absenken. Und abkoppeln. Dann fahren wir neben dem Hof. Wir fahren vorher an den Traktor ran und den nehmen wir gleich mal, äh, nochmal ganz kurz einstellen und dann abschicken, ne? Können ja nicht ewig warten hier. Und das ist, was ich persönlich nicht verstehe. Wieso die wir anlassen? Vielleicht kommt da mit ein Update von. Oh. Normalerweise hat nicht kommen dürfen. Normalerweise nicht. Ich dachte schon, Absturz. Wäre ja so ganz neu, ne? Ja, den Rest kämpfen wir in den Lager rein. In der Firma. Deswegen braucht kein Abfahrer. Die fahren ja sowieso wieder alle hier. Aber die müssen ja sehen, wenn wir in der Gras anfangen, ne? Also ich kann auch einen Tag hier hinbleiben, sonst hab ich nicht. Dann wächst ein bisschen mehr. Vielleicht machen wir Heu. Okay. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich die andere, die Lager jetzt nachher zu PGA bringe. Kann ja etwas arbeiten, ne? Bisschen Geld verdienen. Was ich jetzt machen muss nachher ist, dass ich die Zückerrück einfahre mit Wasser und so. Das wäre nicht, äh, schlecht. Dann müsste ich eh mal probieren, ob ich das nicht mehr hinkriege, dass, äh, in einem Fahrzeug alles, äh, abklappe und dann, äh, Wasser würde ich ja werden. Dann, ähm, Roherei, ähm, P-P-Fabrik, Wasser für Nockelreis und Punchen, ne? Ne, da kommt ja Wasser hin. Malzahre. Malzahre. Ja, Thüring gab, habe ich heute eine Version bei 3.1 runtergeladen, muss ich nur noch die Tage installieren. Äh, aber heute und morgen nicht, da sind die Autos nun fertig. bearbeiten muss ich heute noch anfangen denn nachher morgen kommen wir doch hochladen ausfüllen, komplex kann man theoretisch auch so hier Stau, hab nicht gesehen und nachher dann kümmern wir gleich von einem nach dem anderen nachher müssen die dann auch Tricks machen die Hopfenernte und das dauert noch ein bisschen mit kaltem Cappuccino heute schmeckt auch kalt ich habe so ein Schoko Cappuccino Schoko Cappuccino heute schmeckt es gibt bei Hofer ein Geschäft beim Spader kostet mindestens 2 Euro mehr selte Menge gut, anderen Geschmack mit Geschmack kann man sich immer streiten so mal raus gucken, Kontrolle mit Düngen Düngen klappt sollte auch ausreichend sein Gasprobleme hier ja erstaunlicherweise muss nicht mehr Unfall er erkennt das nicht an, dass da das entsprechend Schmeinfekt dranhängt sonst wäre so hier naja angetitscht so unaufällig voll jetzt Pause hier aber wahrscheinlich die Brücke wäre im Weg aber ich fahre mal zum Hof da können wir am nächsten und gehe wieder im Weg ja es gab das Ende auch ledig dann können wir noch morgen mit Gras beginnen jetzt habe ich mal eine Silage mit Anhänger können wir hier rechts hinten noch bevor wir dann Platz gefunden haben aber hier haben wir drüben Platz mit Anhänger haben wir drüben Platz oder ein grüner Stück Jüngerfabrik können wir aber ja überliefern nachher mit Mist und Gülle ich habe doch immer später brauchen ich denke mal die müssen ein bisschen nach links fahren nach dem Hackerbrück von mir dann können die nämlich paar an der Reihe stehen anhängermäßig muss man eigentlich reparieren und waschen aber auch nicht so gut die Zeit haben wir auch nicht Faktoren brauchen wir nachher für fürs Grasmähen aber erstmal stellen wir einen Postal in der Garage ein zumindest zumindest irgendwie hier so rein rauben die sowieso gleich nachher wenn sie nicht im Weg stecken haben sie mich äußerst ärgerlich so das ist klar das ist sowas von klar gut führen für den Traktor wird es gereicht ne da fahren wir gleich mit da fahren wir gleich mit da muss ich nicht gleich Platz schaffen ne da haben wir gleich gleich ein kleines Problem gelöst und dann äh wird in Zukunft äh keine Verkehrsstauner geben wegen wie in der Kurse ne mein Vertraktor ist ein einmal frei der passt Lkw auch kritisch das überwende ich ja keinen Lkw eigentlich zumal auch hier gebaut cool nicht cool was war das hier passieren der Punkt hat sich verabschiedet hab ich das mal gemacht keine Ahnung gut das ist nicht schlecht muss ich nicht einmal korrigieren ich seh grad so das ist könnte Probleme bringen auf Dauer ne so so dann können wir den anderen gleich durchschicken und der wird nicht voll sein ne aber dann muss ich trotzdem Platz schaffen ne mal gucken ob der alleine aufgeht ne wenn wir ran fahren am Dünge das war das schon Ding das die Traktor nicht geht aber das Metallic ne das könnte schon was sein das könnte ein Mod sein denn der Dünge muss ja weg aber halb voll brauchen wir nicht hinschicken ne wenn ich nichts reinkriege wegen Deckel zu bringt der ab nichts wenn ich jetzt mal ganz dass der alleine zu geht ne du geht nicht zu ne geht nicht auf das Ding oder geht der hier? ne geht der auch nicht auf ne aber leider mach ich jetzt der ist ja da ne gut äh nicht gut wir haben Düngen lassen und zwar Modus ändern so beladen Kalk beladen Dünger beladen was ich mir angewöhnen muss ist hier beladen immer konstanter gleich zu schreiben ne beladen Düngerfabrik äh Feldnummer 44 44 Dünger und dann Düngermodus plus Generierung Fertnummer 44 ein Fahrzeug passt gut der wird normalerweise wenn er voll wäre klar kommen ne zurück der erste Wegpunkt so beladen haben wir schon macht vielleicht vielleicht beläht der auch entsprechend erstmal ne das kann durchaus sein sehr praktisch und dann kann er Düngen fahren dann ist das Problem mit alleine aufkriegen nicht da so liebe so das soll es heute auch schon gewesen sein jetzt haben wir schon Dank fürs reinschauen dann sei mal tschüss und tschau wünschen euch allen einen schönen Rest Samstag ja morgen geht es hier weiter ja Restarbeiten abschließend ernte und also Fahrzeuge äh wegstellen und anhängen und dann mal sehen dass wir bald mit der Gras wenden können aber ich will auch sehen dass der Zuckerbrück in Gang kommt tschüss wir gewinke bis zum Ende unschau tschüss und schönen Dank zum Freilschau